Hallo YouTube, was geht? Wir gucken Vollcontent und schauen uns an, was so alles lief. Ich war eine Woche im Urlaub, ich habe keine Ahnung, was die Woche mit sich gebracht hat von den ganzen Creatoren. Mal gucken, wir schauen da jetzt mal rein und checkt gerne den Kanal aus, der ist echt, echt, echt cool und der macht sehr viel Spaß beim Zuschauen. Boom, da sind wir auch. Ich bin gespannt, es soll wild sein, wurde mir schon gespoilert. Es wurde gesagt, es ist schon sehr wild auch. Also, let's go, rein da. Sie können jetzt hier mal vom Scheißhaus runterkommen. So, hallo. Das wird ein absoluter Fiebertraum in der besten Art und Weise, wie es nur geht. Hallo Hamburg, geht's euch gut? Du bist Profi. Das habe ich mir irgendwo abgeguckt. Dr. Freud, hallo Hamburg. Hi, Leute. Müsste jetzt auch nicht, wo? Außen. Heute, whoo ho, vlogcamp! Herzlich willkommen zu der heutigen Session. Hallo. Whoowho. Yeah, ihr boi! Ich habe extra wegen dir diesen Scheiß gemacht. Ich habe mich hier geackert. Tu jetzt so, als hätte ich für jeden anderen hier in diesem Chat Interesse, aber ich habe nur für dich Interesse. Wenn du schreibst, dann geht es mir so gut. Bitte, bitte, bitte. Ich hoffe, du kommst jedes Mal in diesen Scheiß-Sazu rein. Sweetie. das war ja das muss ich noch mal sehen krass krass das war ja das war so cool gerade ich liebe so sehr ihren hintergrund ich liebe milchbaum clips ich liebe ihren content so sehr ich liebe dieses diesen wahnsinn ich liebe diese ich muss das noch mal sehen ich glaube es wäre am besten wenn sie mir einen kaffee machen mit zucker der auf sportlich angelehnt der sportliche fischi ich habe kurz überlegt ob glatze gut ist weil es halt anders ist als jetzt gerade und dann dachte ich so warte mal ja der ollie kennt meine glatze sehr gut aber das ist auch eine andere glatze die er da kennt ich sage nicht warum und dann dachte ich mir lieber doch die mütze aber dann andersrum weil das ja kommt wer bin ich ja 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 das ist halt einfach das klark kennt ding superman klark kennt man kennt ihn nicht kann man sich auseinanderhalten gibt es nicht meine frau ist schwanger ich freue mich so sehr gern geschehen immer noch ein fantastischer clip ich liebe diesen clip so sehr ich finde ihn awesome ich finde ihn super ja da gab es später noch aufs maul ich sag's wie es ist dieser schlimm aus wer hat vor uns ist gekocht wer war das war das die freund aber wir haben noch zehn minuten entspannt dann sind wir durch hörte auf jetzt ernsthaft ja da ist das wasser gesalzen weiß ich nicht man das aber das gehört niemand braucht so viel salz ein halben teelöffel nein nein ja gut jenny aber die kocht nicht heute sagen wir jetzt mal ohne spaß ich denke das sind jenny warum kocht dieses wasser seit einer halben stunde mich hat 1500 watt aber wir kochen wasser das haben die freunds ja gerade nicht hinbekommen ich hätte nicht gedacht dass das die größte herausforderung heute wir haben gerade vielleicht festgestellt dass die linke seite 2000 watt hat was was war da was war was war da los was ist was was ist da los was ist das für ein format ist da jemand auf dem laufenden was ist das für ein von hand of blood was war das für ein format ich kann ich bin da gerade so ein bisschen ich verstehe ich verstehe die ich weiß es gerade nicht dass irgendwas mit sparkasse und chef und so ich weiß jetzt gerade nicht was das ist oder machen die jetzt gerade das game einfach nach in real life dieses game was jetzt gerade so mit dem mit dem büro das ist so perfekt das ist so perfekt oh mein gott ich liebe alles daran ich muss das ich muss das so schicken nur einmal foto machen das war bisher der war gedacht minus 10 also 50 also 40 punkte mein gott es tut mir immer noch so leid als ich hängen gelassen das tut ja richtig weh beim zuschauen das habe ich gar nicht mitbekommen also ich war ja selber sehr viel unterwegs auf der polaris und ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen i wish ich hätte das hätte ich sehr gerne gesehen eine frage andreas ist einer verloren gegangen oder was der beste kommt noch sehr gut gemacht viel spaß beim alten mann da drüben und genau jetzt fliegt hier bist du eine rummel ist aus wie eine kleine dicke fette rummel wir lassen die wäsche in baden baden waschen er macht gar keinen sinn warum nicht in waschen waschen ich habe ihn gestern auf der polaris gesehen ich hätte ihn hauen sollen dafür ich möchte in der zeit zurückreisen um ihn auf der polaris zu hauen was ist das schnellste luftfahrzeug wird man haben kann wird aber auch vertikal geht vielleicht können wir uns das ja mal kaufen erst mal erst mal vermixen oh mein gott warum man eine sehnscheinentzündung davon kriegen legit ja die antwort ist ja kann man man kann eine die mfa hier ja kann man vom sehr viel kann man eine sehnscheinentzündung bekommen in der flosse kann man wenn man ihn falsch hält so vom rühren also vom rühren kann man das auch vom rühren kann man auch eine sehnscheinentzündung bekommen ja wenn ihr mehr davon sehen wollt dann brauchen wir mehr subs du musst auf ich habe gerade kurz meine beine nicht mehr gespürt ich auch aber ich bin ja radler von daher ich mag radfahren aber das ist sehr anders das in einem dunklen raum zu machen wo so ein typ vorne steht der davor eine massive line koks sich reingezogen hat und dann ist der aber das ist halt generell bei solchen workouts so deswegen ich traue mich halt nie ins gym weil da generell die trainer die dann halt so gym mäßig halt irgendwas machen vorne generell für mich außer die yogalehrer generell dass das feeling für mich haben als hätten sie da einfach eine riesengroße line koks gezogen dann so und schneller und dollar und härter so alles ganz schlimm da so vorn und ist so ich liebe alles daran alles liebe ich daran alles ich liebe alles das ist so gut ich war ja früher häufig in der mucki bude man sieht es dir auch an ich habe da noch nie dran gerochen nach apple ist man das genau so oh mein gott ich finde es blöd dass man diese durchdrücken kann mit der zunge irgendwie stört mich das geschmacklich ist es gut was macht ihr mit eurer zunge da in eurem mund aber was ich hab'n fahrstuhl gehört ich gehe nicht gucken ich schließe die tür ab ich pisste mir gerade in die hose man jetzt vielleicht recht gutes stück nach links stück nach links weiter 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 runter das tut gekommen weiter 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 die sollte steil wer bitte ist kein fan von milchbaum und wenn ihr keinen fan von milchbaum seid was stimmt was stimmt mit eurem humor nicht das ist fantastisch vielleicht könntet ihr es auch bei dr flut machen bei dr flut das sind wir diesen rolle machen ich glaube ich habe so ein riesiges lächeln auf mein leben aber irgendwie war das auch assi konntest du nur mich rauswerfen ja ich dachte im auto guck mal schätze sie ist vorbildlich sie flucht nicht dann muss den einmal auch hoch genug halten damit er nicht umgeschmissen werden kann sie jetzt mit irgendwas nerven im chat schwierig schwierig ich habe sehr viel spaß danke dass du mich eingeladen hast zu diesem format daumen nach oben halten bitte du musst noch sagen dass die leute abonnieren müssen die leute müssen abonnieren die community stage wird zur dschungelprüfung wirklich soll ich dich mal abtasten was schmuggelt der denn oh ich weiß was er geschmuggelt hat es wäre jetzt richtig krass wenn du mir was und was ist da drin braun was ist da drin als wenn ich selber meine eigene tasche nicht geguckt habe was ist da drin da ist ein kondom drin ich will im camp sex haben oh gott wollt ihr mich ficken selbstverständlich bekommt ihr jetzt noch was ins gesicht er hat die liebe erfolgreich mit ihm geteilt in sein auge rein vielleicht habe ich ja deswegen krümel im auge ja also ich weiß nur dass sie corndogs machen aber ich weiß nicht was das so genau ist das wichtigste utensil ist ich will mehr wie viel macht sie denn da rein gottes will ja leute wisst ihr was die könnt ihr dann probieren ja riecht ein bisschen wie im schuhladen ja warum ist das soll sich das haus dem topf ich liebe das ja ich nehme es raus das sieht aus wie ein schamhaar ja wie kommt das da rein das war von den freuds glaube ich ach so na paul wieder seine schamhaare paul ist so ein süssi generell die freuds sind so ne süssis ich sag's euch das sind so ne süssis by the way bald ist loot für die welt achtung achtung bald ist loot für die welt bald ist loot für die welt ihr müsst da einschalten bei denen ist ganz wichtig wegen spenden und so für eine gute sache wichtig wichtig was war die falls du dich daran erinnerst die auch so sterzig danke dir was ist das für eine komische stelle penis zu rufen gerade wer da ruft ihr penis oder denn ich verstehe das nicht aber wirklich jeder hat penis verstanden und es war ich auf der polaris ne ich saß da relativ weit vorne da wo halt auch dieser teppich war und hab halt mir das angeguckt das versteck spielen und neben mir waren halt irgendwie mädels ich weiß nicht was bei denen war ne aber die haben alles kommentiert als wären sie der chat und das ging mir so gut und ich weiß nicht was bei den so auf die nüsse ich sag's euch das ging mir ja so auf die nüsse hallo roter baron wirklich die haben alles kommentiert und die hatten die haben auch dann mal ganz kurz so einen bösen blick von floh kassiert weil die ich glaub die dachten die sind jetzt der chat und dürfen einfach ganz laut irgendwas reinrufen oder es hat so genervt und die haben dann halt auch so was soll das und hier und bla und da ist flo halt losgegangen um halt sich zu verstecken oder halt um zu suchen ne ich glaub zu verstecken und dann hat er denen auch so einen bösen blick zugeworfen so piano jetzt ne also beruhigt euch mal und die haben halt auch die haben halt penis anscheinend verstanden und anstatt therese irgendwie zu rufen was ja eigentlich der sinn war wo man es einfach nur falsch verhört also falsch gehört hat haben die penis die ganze zeit gerufen und ich war so digger halt doch dein maul jetzt meine fresse ihr wisst doch einfach gar nichts ihr habt doch keine ahnung worum es geht so diese 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 frauen schlimmen dover martin grüß dich die waren die waren super anstrengend die waren super anstrengend ich habe denen auch böse blicke gegeben weil ich mir dachte geht es bei euch irgendwie so aber irgendwann haben die auch aufgehört panzer tape regelt ne das wäre wieder frauenfeindlich das wäre dann wieder frauenfeindlich oh mein gott ich glaube alle haben oh mein gott mir war nicht bewusst das man hört immer das was man hört wenn absolut jeder hat das war ein freudscher verhörer ja freudscher ich bin teilweise so innerlich gestoppt ich auch bis denn R-design ich würde ein paar lines äh rhymes bitten alle tanzen alle tanzen lehnt beim pinates küsst den links küsst den rechts ich frag heute was scharfes ich steige in den rainy mit carmen tina und rangy zum frühstück ein dem rainy kreif auf dem baby auf und ab gelaufen im kack mit dem wach meiner trau ich bin blond aber schlau und super mega hart diese bitches could never glaub mir ich kann du willst dein body dann musst du pushen bist du ein was zum oh mein gott werden sie gucken geh ins jimmy werde skinny mach daraus eine star wir sind pretty im bikini das ist belt by the po ne po oh ah ist ein neuanfang haben wir noch einen schönen abend tschüssi tschüss ja nice das war doch eine super folge ich hab sehr sehr doll gelacht also ich hab sehr sehr doll gelacht das war ja wirklich super toll das war ja wieder super toll zusammengeschnitten dankeschön voll content dankeschön voll content für diesen für diese für diese tollen videos danke 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 schön das ist eine freude das immer wieder anzugucken an der stelle gerne mal bei den jungs und mädels vorbeischauen dort drüben und mal gerne rein abonnieren und ein like da lassen original video wird unten verlinkt sein im youtube video und ansonsten sage ich tschüss bis zur nächsten reaction und tschüss youtube tschüss youtube tschüss youtube tschüss 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 Untertitelung. BR 2018